Prinz Harry und Meghan Markle haben ihrer gerade geborenen Tochter ein gewaltiges Namensprogramm mitgegeben. Lilibet Lily Diana Mountbatten-Windsor. Lily wurde nach ihrer Urgroßmutter ihrer Majestät der Queen benannt, deren Spitzname in der Familie Lilibet ist. Ihr mittlerer Name Diana sei ausgewählt worden, um ihrer geliebten Großmutter, der verstorbenen Prinzessin Diana, zu gedenken. So die Erklärung der Eltern. Mutter und Kind geht es gut, das Mädchen war am Freitag im Krankenhaus in Santa Barbara in Kalifornien zur Welt gekommen. Bruder Archie ist gerade zwei Jahre alt geworden.